So, willkommen zurück zu Let's Play Braid mit Gläum. Diesmal auch mit tatkräftiger Komodora-Unterstützung von Klo mich lieber nicht. Akara Kami, hallihallo. So, das ist mal, ob ihr euch hier im Klo verabschiedet. Klo? Klo, ja, Klo, wie ist sie da? Klo, Klo. Erinnert uns das nicht an ein Ried? Ja. Klo. So, weiterentfällig. Versteht sowieso keiner außer uns beiden. Tja, kleiner Insider. Gut, auf nach Weltfünf. In der letzten Welt haben wir ja nicht so viel gerissen. Lesen die auf die wieder selbst. Bla, 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 bla. Ich muss die Prinzessin finden. Das ist irgendwie ein Mario. Wegen noch? Tja, ja, auf geht's. Ein Puzzleteil. Zack. Sind ich doch mal gespannt. Irgendwie kommt mir diese letzte Sätze bekannt vor. Das ist so durchgemacht. Okay. Ah, okay. Der Trick ist... Hoi. Hoi. Huch. Los, mein Schatten. Hol mal ein Puzzleteil. Hupala. Braver Schatten. So weit weg. Tja. Die Musik hört sich schon wieder ganz toll an. Das ist ja wieder eine Schattenwelt. So steht fest. Ich muss dazu sagen, ich habe gerade überhaupt nicht den richtigen Überblick dafür. Mega weiter wegs. Ja, du siehst ja diesen tollen Schatten da. Der macht immer die letzte Bewegung nach. Das ist ja toll. So, bis ich wieder zurückspule. Dann fängt es wieder ab. Pass auf. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie machen wir es am besten? So. So, zurückspulen. Und gleich wird der Schatten irgendwann, jetzt, genau, für mich den Hebel drücken. So ein Schatten ist eine gute Erwähnung. Juh, ein deutlicher. Da haben wir den Leichentrick nochmal. Diesmal etwas komplizierter. Wen spielst du in diesem Spiel überhaupt? Ich spiel, der heißt Tindalliode. Dieser ist unser Partysidiot. So. Oh. Hoppala. Du tustest den Hebel. Sei brav. Na also. Der sieht so ein bisschen wie Harry Potter aus. Kann das sein? Irgendwie sowas. Mit Krawatte und so ein bisschen Schuluniform mäßig. Ja. Auf jeden Fall, er ist genauso dem wie Harry Potter und... Nur die Brille fehlt. Viel auch nichts gebacken. Okay. Dort haben wir einen Schlüssel. Dieses lila Leuchten will ich als Aufklärung. Der wird sich nicht an die Gesetze der Zeit halten. Das heißt, den kann ich mit mir rumschleppen. Au. Knaps. Auch wenn die Zeitpunkt jetzt gespürt wird. Glaube ich zum Ösler? Ja. Nee, doch nicht. Ach so, verdammt. Das ist hier so ein Teil. Was für ein Teil? Ich muss jetzt irgendwie tricksen. Ich weiß noch nicht genau wie. Einfach ausprobieren. Nein. Öserte. Wir gucken uns auf einmal die Welt ein bisschen an. Aha. Da unten ist ein Fusselteil. Das dumme ist nur. Jetzt soll ich diese... Ja. Hallo. Das ist ein Häschen. Ach, ist das süß. Tut ihr das was? Ich weiß es nicht. So, wir versuchen einfach mal was. Ich weiß nicht, ob es klappen wird. Ein Häschen. Ein Häschen mit Blumen. Genau, längs ab. Ja, das hat er vorgeschafft. So, das hätten wir schon mal. Tschüss, Häschen. Yay, Puzzleteil. Und jetzt? Jetzt fragst du mich auch was. Ich muss irgendwie hier wegkommen. Das doof ist nur wie. Das Häschen steht da ganz die Zeit im Weg. Autsch, das war nicht gut. Ja, nee, nee. Dein Schatten verabschiedet sich. Kamigaze. Autsch, das tat wohl weh. Okay. Ich glaube, ich habe das Ganze von der falschen Seite angefangen. Scheint wohl so, ne? So, rückwärts, 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 rückwärts. Irgendwann genau jetzt. Juppi, 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 juppi. Juppi, juppi. So, okay. Darf hoch jetzt, genau. Arbeiten. Na, verdammt. Äh, so. Alles nicht so einfach, wenn man in mehreren Zeiten denken muss, ne? Ja, wem sagst du das? Hallo, Häschen. Komm mit, Häschen. Bleibst jetzt hier. Braves Häschen. So, tappt, 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 tappt. So, 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 so. Und jetzt. Ich hoffe, du hast ein Klopzt zeitlich. So nicht. Sechs zweimal. Und nochmal, aufs Neue. Oh nein, das ist ja gemein. Ein Spiel, das einem den Nerven stammt hat. Was sind das eigentlich für Dinger, die da rumlaufen? Ne, 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 ne. sie ziemlich krank aus dass er ist hier wenn du mich fragst ja gut also das guckt schon so ein bisschen genau das ist kann nickel es hat sich nicht so ich habe schon mal kommentiert dass mich dieser hintergrund und alles ziemlich an ein Aquarellbild erinnert so muss ich das mal schaffen nur weil er das ist dort lang und nach rechts überwachen gut ja Vorsicht irgendwie ist das Level nicht so meins ist ja was überspringend ist Punkt ist für mich so zu profil aber ich müsste hoch das Leben ist schön ne so ich hab ein Puzzleteil was will ich mehr tschüss ein zweites den Abgrund überwinden dort fällt einer runter ok mhm da haben wir Teppiche ich muss die kleine Traumwelt so das muss ich jetzt mit den Noten wahrscheinlich töten mhm 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 klingt als hätte er irgendwie so ein bisschen Asthmaß äh irgendwie schau so wie du mit dem Punkt runter mhm mhm dem lassen wir das fröhliche Hotel deckeln da hüpft er ich weiß nicht ob es reicht mhm 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 in der Nähe es ist sicher schon dass die Niederlande Stuttgart ist das ist etwas mehr als ich heiße lassen Tutsch und jetzt läuft das da also schnell wie die Gäste die Idee die da wäre? So. Nein, genau, das war eigentlich nicht der Plan. Hätte er nicht vorgehabt, meinen Schatten dort runter spiel zu lassen. Genau so. Nur, dass er dann auf dem Viech landet. Ja, da musst du genau tun. Ja, du weißt ja, wie gut ich da drin bin. Das kriegst du. Das hab ich ja schon. Ja, immer der Falsche. Der Falsche. Ja, hey, gut. Super. Nein, böse Falsche. Oh nein. Da kann man nicht drauflaufen. Mal gucken, was passiert, wenn das jetzt da draufläuft. Vielleicht kann der einen Schatten da drüberlaufen. Da kann der garantiert dann drauflaufen, aber es hilft mir leider auch wenig. Aber ich glaub, das Viech könnte auch noch über die zusätzliche Schattenbahn gelaufen, aber... Oh je, oh je, so viel Denksport. So viel Denksport zu später Stunde. Da bin ich sicher auch schon wieder eine Folge vor. Wisst du was? Ich werd's irgendwann anders probieren. Genau. Nächstes Level, neue Folge, neues Glück. Ich setz hier einen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder zusammen mit Kram. Genau. Bis bald. 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 Vielen Dank.